Hallo, ich bin die Kim und spiele seit dieser Saison beim FC Bayern 09. Am Anfang hatte ich Angst, nicht gut aufgenommen zu werden, aber ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Und ich bin froh, gewechselt zu haben. Ich habe mich fußballerisch weiterentwickelt und habe Bock auf eine weitere Saison. Und da kommst du ins Spiel. Wenn du Bock hast, Bundesliga zu spielen, dann ist der FC Bayern 09 genau das Richtige. Komm zu uns, hab Spaß und entwickle dich weiter. Hi, ich bin Anina und spiele seit dieser Saison bei Speyer. Ich fühle mich sehr wohl, da der Verein mich nicht nur in sportlichen, sondern auch in schulischen und beruflichen Angelegenheiten unterstützt. Außerdem haben wir als Team eine Menge Spaß zusammen und wir würden uns freuen, wenn du auch Teil unseres Teams wirst. Also, worauf wartest du noch? Hallo, ich bin die Amli. Ich spiele bei Speyer, nur sitze in der Bundesliga. Wenn du einen Ramancho spielen möchtest, wo man pro Niveau spielt und Spaß haben kann, komm zu uns. Hallo, mein Name ist Paula und ich spiele seit dieser Saison glücklich für den FC Speyer 09 in der Bundesliga. Wenn auch du Lust hast, Fußball in der Bundesliga zu spielen, dann komm doch gerne mal bei uns vorbei. Hallo, ich bin Leonie und spiele seit der Saison 2018-2019 beim FC Speyer 09 in der Bundesliga. Ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben und hab Bock auf eine weitere Saison. Dafür brauchen wir dich. Hier kannst du dich super weiterentwickeln und der Zusammenhalt und das Mannschaftsgefühl ist unglaublich. Hier kämpft jeder für jeden. Bis zum nächsten Mal. Achtung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.